Mit Vintages wollten wir Weine ausbauen, die Wein in eine ganz andere Dimension vorstoßen lassen, eben in der Cuvée aus mehreren Jahrgängen. Wir haben hier den Jahrgang 17, 18 und 19 beim Riesling, die den Wein, gerade Riesling als Rebsorte, zu etwas ganz, ganz Besonderem werden lassen, weil Riesling einfach diese Varianz braucht, um eben die besondere Aromatik zu zeigen. Beim Spätburgunder in St. Laura ist es Jahrgang 16 und 17, auch da Jahrgänge, die unheimlich viel Fülle und Intensität zeigen. Ich glaube, hier ist eine Idee entstanden, die so einmalig ist bis jetzt in Deutschland, die es noch nie gab und ich freue mich total, gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Belvini diese Weine euch erstmalig vorzustellen und wünsche euch ganz viel Spaß mit Vintages. und ich freue mich total, gemeinsam mit Vintages. Und ich freue mich total, gemeinsam mit Vintages. Und ich freue mich total, gemeinsam mit Vintages.